Hallo und herzlich willkommen wieder zum nächsten Video in diesem, wie soll ich sagen, ich habe keine, wir fallen schon keine Worte mehr ein, ehrlich gesagt, weil das ist sowas von unglaublich, ein Psychokrimi ist nichts dagegen. Es geht wieder um die Entführung meines Kindes 2017 vom Jugendamt München. Wir haben ja heute, was ist denn heute, ich glaube der 11.12.2021, es gibt ja inzwischen viele Gutachten. Ich kann momentan wieder nur lachen, weil alles was geschieht im Moment hat nichts damit zu tun, dass irgendeine Form von Klärung herrschen würde. Oder dass in irgendeiner Art und Weise Klärung zustande kommen würde. Stattdessen jagt ein Schriftstück das nächste wieder. Nachdem wir jetzt wieder ausgiebig und monatelang gewartet haben auf das Endergebnis des Gutachtens, das ja bekanntlich wieder mal sehr schlecht ausfiel für diesmal beide Elternteile. Das erste war ja nur für mich ätzend und jetzt sind wir beide geköpft worden sozusagen und stehen als Erziehungsberechtigte sozusagen ja gar nicht mehr zur Verfügung laut des Gutachtens. Und bei mir ist es ja sowieso klar, dass ich paranoid und narzisstisch, ich muss überlegen, es gibt ja inzwischen schon sehr viele Ausdrücke, was der Vater ist und was ich bin. Also ich hätte eine narzisstisch paranoide Persönlichkeitsstörung und da fällt mir natürlich irgendwie gleich der Spruch gerade ein. Wie geht er nochmal? Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Und ich muss sagen, ja okay, das trifft auch zu. Muss ich jetzt wirklich sagen, weil gut, aber ich sag hier schon immer das, was ich denke, aber jetzt hat wirklich den Fass zum Boden tatsächlich noch mehr ausgeschlagen. Eigentlich kann mir jetzt keiner mehr irgendwas vorwerfen, weil ich hab ja hier so einen Stempel und blank, den hast du jetzt da drauf. Wenn irgendeiner was gegen meine Videos sagt, dann kann ich ja immer sagen, aber hier steht's doch geschrieben, dass ich so und so bin und deswegen darf ich doch so sein, wie ich bin. Weißt du? Also es hört und hört und hört nicht auf. Ich weiß nicht, wie lange sie dieses Spielchen noch treiben wollen. Richter Mannsgericht Augsburg und Ergänzungspflege in Augsburg und Erfahrungsbeistand. Ihr wiederholt euch ständig. Und das Einzige, was geschieht, ist, dass Zeit vergeht. Und eine Wiederholung. Also das ganze Spiel ist jetzt eine Wiederholung. Also zuerst ging's ja so mal kurzfristig aufwärts. Jetzt geht's wieder bergab. Also es ist so up and down, up and down. Das ist das, was ich jetzt zur Zeit sagen kann. Ich mach jetzt gleich weiter mit dem nächsten Video der Stellungnahme, zur Stellungnahme, der Stellungnahme, das ist, warte, das muss ich mir überlegen, des Gutachters zu meiner, zu meinem Gegengutachten, was ich machen hab lassen. Und genau, das kommt jetzt gleich. Bis gleich. Bis gleich.